Was ist die Schauspielerin für die Schauspielerin? Was ist die Schauspielerin für die Schauspielerin für die Schauspielerin für die Schauspielerin? Und das ist ein Verlust, den sie, glaube ich, durch ihr ganzes Leben, ja, dafür bezahlt sie immer zu, weil sie das wohl kaum bewältigt hat und irrsinnige Angst hat, wieder Verluste zu erleiden.